Und damit, K.O. Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Stanley Parable in der Ultra-Deluxe-Version, ganz genau. Ich glaube, in der dritten Folge oder so, oder in der zweiten, ich weiß es nicht genau, hieß es, yo, beim nächsten Mal haben wir ein paar mehr Regler als beim letzten Mal. Und so wie es aussieht, ja, passt ihr den Regler an, sodass der Computer gerade noch sichtbar ist? Das Problem ist, ja, YouTube und Dunkelheit, ich sehe ihn immer noch. Jetzt ist er halt ziemlich hell, jetzt ist er genauso hell wie der Stuhl. Der Stuhl wird zwar auch dunkel, aber die werden gleich hell. Ich mache es für euch natürlich ein Stückchen heller. So, ich glaube, so seht ihr das ja relativ mit. Ich mache es ein Stückchen, so. Allein wegen YouTube. Passen Sie den Regler so an, dass der Hund und die Katze Freunde werden? Okay, es wird skurril. Bitte passe den Regler so an, dass die Nummer 5 zum Nummer 9 wird. Halt, das ist Nummer 9. Boah, ich könnte jetzt auch das nehmen. Also, 9 ist das englische Wort für 9. Wir haben hier irgendwo die römischen Zahlen als 9. Wir haben hier die 9 als Zahl. Ich würde sagen, wir nehmen die römischen 9. Die sieht immer sehr edel und schön aus. Bitte passe den Säger so an, bis du aufhörst, den Regler anzupassen. Hätte schon noch ein bisschen Lust da drauf. Welche dieser beiden Wörter sind ausgedachte Wörter? Welche dieser beiden ausgedachten Wörter findest du ansprechend? Krumm-Tusch oder Okun-Bonn-Karl? Oh, ja, ja. Das ist Krumm-Tusch. Ganz eindeutig. Das klingt sympathisch. Passe den Reglern nicht an. Okay. Weißt du, welche Uhrzeit gerade ist? Ja. Muss ich sie wieder eingehen? Ist die Uhrzeit, die es gerade ist, die korrekte Uhrzeit? Ja. Was ist Zeit überhaupt? Ja. Gibt es etwas über dich, das du mir noch nicht erzählt hast? Ja. Ich komme mir sowieso ein Ja-Sager vor. Hilfe. Ja, was ist? Wirst du zurückkommen, mich zu besuchen? Auf jeden Fall. Ich will nicht alles mit Ja beantworten. Wie weird ist dieses Game? Hä? Ich fühl's. Ich find's gut. Wir kennen das Ganze schon. All his co-workers were gone. Ja, wir kennen das Ganze schon. Ich würde nämlich gern da hin. Also da steht nochmal dick und fett drauf. New content. Ich würde sagen, wir tun uns das Ganze mal an. Ist wieder dunkel und lädt. Genau. The end is never the end. Leute, ihr wisst Bescheid. Oh, es geht hier schon direkt raus. Okay. Ja. Ehm, lass uns mal hochfahren. Fogst du? Ja. Ja. Wir sind soweit, Leute. Wir haben Stanley Parable durchgespielt. Und herzlich willkommen, nach viel zu langem Warten, zu Stanley Parable 2. Ich würde sagen, ohne groß zu reden, starten wir direkt rein. Was? Das Logo ist zugeklebt von Apple. Das ist zu 100% Macbook. Weiß ich jetzt nicht. Investor Showcase. Welcome. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2. Now that's an artistic statement right there. It's future oriented. It screams progress and innovation and long term franchising potential. Ich bin jetzt selber noch Windows 10. Ich überlege aber, ob ich auf Windows 11 umsteigen soll, weil die ganzen Sachen einfach anscheinend besser laufen würden. Und ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall. Geht es lang da. Ist das wichtig vielleicht? Just the two of us we can make it try. Just the two of us. Just the two of us. You and I. Uts, uts, uts. Selten ist eine PowerPoint-Präsentation. Mit PowerPoint-Präsentation habe ich schlechte Erfahrungen gemacht heute. They're back to doors. Oh ne, bitte nicht. Ihr lest, drückt Pause, lest euch das durch. Ihr wisst Bescheid. Warte, 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 warte. Da lang. Wollte ich die Tür wieder aufmachen? Guck mir das noch an. New Content is out. New Content Part 2 is in. Ui. Nicht PowerPoint. Ah, das sind einfach verschiedene Logos. Stanley Parable 2. Two. Thanks for attention. Ach ja. Mit zwei Leuten. Okay. Multiplayer. Again. It is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Sequels are good. Portal 2. Half-Life. Batman Arkham Asylum. Also Batman Arkham Asylum. Findet ihr? Keine Ahnung. Doom 2. Aladdin 2. Kenne ich nicht. Dark Souls 2. Kenne ich. Sequels are good. Und er kommt mit Dark Souls 2. Also Vorzeit sind gut. Und er kommt mit Dark Souls 2. Also ich für meinen Teil. Leute, die dieses Spiel gut finden, ist okay. Ich finde Dark Souls 2 ist schlecht. So, okay. Ich fände aber einen dritten Teil von den ganzen Sachen toll. Half-Life 3. Portal 3. Why not? Batman Arkham Asylum hat mir der erste Teil gereicht. The Stanley Parable 2. Also es geht einfach nur um Sequel. Die appreciaten hier das 2 ganz schön. Ruhig. This way to the show floor. New features. No content. Expo. Ui. Stanley Parable. Ich kriege ja kein Deutsch zusammen. Ehh, das ist schlimm. Stanley Parable Expo. Ist das eine Playstation? Ist das eine Playstation? Ich darf doch safe nur in eine dieser 10.000 Türen rein. Oh, Merchida... Ich mach das. Ich sag euch, was rauskommt. Gerne. Stanley Parable 2.com Gebt einfach mal oben in eurer Suchleiseite Stanley Parable 2.com Watch our helpful and informative video to learn more about the Stanley Parable. Cool. Wir haben einfach eine Webseite gemacht, die man nur hier findet. Kriege ich da ein bisschen Merch? Apropos Merch. Hier. Habe ich auch an von mir natürlich. Ja. Ich hab keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Da hinten ist ein Riesen-Stanley. No screen. Parable. Unendliches Loch. Das klingt alles super gut. Ich bin mir sicher, wir dürfen aber nur in eins davon. No screen. Red ist die neue Orange. Okay. Bitte keine Screenshots. The button that says the name of the player. Geh da mal rein. Weil ich wissen will. War mir klar, wir kommen hier nicht mehr raus. So, with that in mind, my first addition to the game is this button, which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Jim. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. If I'm not so good. Let's have your role play as Jim, to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath. Clear your mind. Forget whoever you are. And simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as Jim. I'm Jim. Sleeping and waking as Jim. Falling in love and being heartbroken as Jim. Seizing all of the world's possibilities as Jim. And if Jim, what? So, um... Watching your dreams crumble. Jim. Whoa, 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 whoa. Hold on. I wasn't finished setting up the backstory. If you don't properly roleplay as Jim, then you'll never understand the impact of this button. Otherwise, it's just a stupid button that says somebody else's name. Okay, we're doing it again. And this time, let me finish first. Now, allow yourself to become Jim. Jim. All right, fine, whatever. It's just a meaningless button that says Jim. Are you happy now? Get out of here. I'm done with this button. Why don't you go humiliate me in front of a different feature that I worked very hard on. Finde ich gut. Ja, ich bin mir sicher... Ich gucke mal, ob man in so eine Tür rein kann. Ist ja immer ganz spannend. Wir sind einfach schon zwölf Minuten in der Aufnahme. Ihr glaubt es nicht, wie schnell hier die Zeit rumgeht in dem Game. Ich hätte auch mal Lust, dass so eine Super-Exis einfach... So, das war jetzt hier. Maybe I'll only let people name Jim play the Stanley Parable 2. They would appreciate what I've created here. Steht da Epilog? Ja, Epilog will ich noch nicht. Ich will jetzt erstmal ein Prolog. Waren wir gerade vorher drin? Hören wir doch mal diesen Big Stanley an. Kann ich da rein? Wir sind da... Okay. Collectibles. Das fühle ich. Das fühle ich. Ausgang, Sprungkreis. Das war die Innovation. Collectibles. Das ist das Todes unangenehm. Das ist eine Stanley-Figur. Das Game ist soeben schlechter geworden. Gott, es ist wirklich das Schlimmste, wenn du alles in einem Video-Game bekommst. Und dann geben sie dir eine große, feinste Reward für das. Absolut tragisch. Reachievements? Ja, nehme ich mit. Jetzt, hier ist etwas spezielles. Erinnerst du, dass du die Test-Test-Achievement hast, die in dem Game aufgrund geflogen wurde? Ich bin total überfordert. Ihr merkt schon. Bitte. Ich will mir random Achievements haben. Was ist das denn da hinten? Ja. Genau. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time, if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Ja. Was, wenn ich das jetzt nicht mache? Ich springe da doch nicht rein. Hä? Ich will hier auf jeden Fall noch ein bisschen was erkunden. Das ist eine riesen Map. Ich kann hier eine ganze Folge mitfüllen. Das ist super. Der geht da nach oben. Wie tut das? Ah. Okay. Ihr seht schon, wie das funktioniert. Ihr erklärt mir das nachher unten in den Kommentaren, wie das funktioniert, ja? Ich will auch wissen, ob ihr hier was mitnehmt und was lernt. Physikalisch. Ihr dreht sich wieder keine Screenshots erlaubt. Ähm. Ich mache keine Screenshots. Ich nehme nebenbei auf. Okay, ich bin ehrlich, ich habe noch nicht entschieden, ich habe noch nicht entschieden, ich denke, dass in der neue Version, die Office könnte ein bisschen von Decoratieren, wie Ballons, aber ich habe nicht entschieden, auf Get Well Someday und Happy 12th Birthday. Was würdest du mitnehmen? Was? Was? Ich habe doch... Ich habe doch gesagt, das andere Samma, was ist denn mit dir jetzt los? Boah, direkt unsympathisch, ey. Dann gehen wir mal hier hoch, hier ist der Beruhigungseimer, Leute. Ganz wichtig, sowas zu haben. Habe ich auch immer. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical. That it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I am happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind. Also, ich weiß, dass das alles nur ein Scherz ist, aber jetzt stelle ich mal vor so ein Entwickler, der denkt sich, yo, wir brauchen auf jeden Fall einen Eimer, den die Leute auf dem Kopf tragen, dann fühlen sie sich entspannter. Darf ich den jetzt auch? Ich trinke jetzt was, während der redet. Kann passieren. Was passiert, wenn man auf den Monitor schaut, obwohl man trinken muss? Ich fühle mich entspannt. Ich fühle mich ruhig. Alles ist wunderschön. Es macht so viel Spaß. Ja. Einmal wieder weglegen. Ah, ich darf ihn sogar mitnehmen. Ich darf jetzt entspannt mit einem Eimer rumlaufen. Wahnsinnige Erkenntnis. War'n wir überall? Hier waren wir auch schon überall. Jump Circle! Ja, man kann nicht drinnen spielen. Ähm, ich glaub, hier waren wir dann überall. Hier links. Was war hier? Hier war das mit den Balloons? Ja. Looks like wir sind durch. The button that says Jim. Hier waren wir noch nicht. Genau, weil das fand ich so Epilog. Ein Epilog would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, yes. We'll go at the end of the, um, well, we'll figure that out later. Das alles. Cool. That's new. Einstellungen, Weltmeister, ja klar, Cam. Gehen wir mal da hoch. Ich bin, ich bin mit der Situation noch ein bisschen überfordert. Ja. Das darf wahrscheinlich nur der Weltmeister dann. Hier unten ist nichts mehr. Hier geht's einfach straight up. Ähm, dann lass uns mal in dieses Infinite Hole jumpen. Ja, sonst könnte man auf die Lüfte. Hm. Ist ja auch egal. Ich bin mal wieder fahrerlos. Das ist in letzter Zeit immer ganz seltsam. Die hat so komische Farb anpackt. Dann würde ich sagen, jumpen wir mal in dieses Unlimited Hole. Äh. Hat sich verändert. I would say. Ich kann mich sogar bewegen. Was denkt ihr, wie lange geht das nach da unten? Es kommt noch was. Ich wusste das. Ich wusste das. Ich wusste das. Ja, aber es muss ein Ende haben. Ich möchte niemand sagen, dass es nicht ein sehr tiefes Hole ist. Es ist. Ist es Infinite? Das ist irgendwie auf deine Definition von Infinity. Von einer Perspektive, das Infinite ist nur philosophisch in Natur. Es ist eher ein... Okay. Gut für dich. Du hast den Boden der Hole. Du hast mich aus, Stanley. Ich bin ein Lüger und ein Lüger. Und du bist so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinite? I think that the hole was as deep as anyone... Ähm, ich dachte mir, dass dieses Loch nicht unendlich tief sein wird. Ich dachte mir auch, yo, der muss doch irgendwas dazu sagen, wenn ich einfach jetzt wirklich nicht hoch teleportiere. Aber es gab ja auch schon so Sachen, wie der, was einfach unendlich weitergegangen ist. Und da bin ich dann doch lieber... Maybe you're the problem. Look, the thing's got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. New Max. Why didn't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Warte noch ganz kurz. Oh, was that good? Great. Now, I'm very excited to show you even Oh, for heaven. You see? I was right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. Not normal. A normal person would have said that's an infinite hole right there. Goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... Oh. Did the hole seem even shorter to you this time? I couldn't help but feel like you... Das ist der Sass. Das Loch wird immer kleiner. Das schon. Ja, aber es war ja ziemlich tief und jetzt ist es nicht mehr so tief. Warum das so ist, kann ich jetzt so auf die Schnelle nicht sagen, aber ich würde mal schätzen, dass irgendwas mit irgendeinem Paradoxon zu tun hat. Das schon. Ja, aber warum wird das immer klein? Eindeutig unendlich. Ja, ich drück die ganze Zeit wirklich diesen Knopf, weil ich mir denke, vielleicht gibt es ja irgendeine Chief mit dafür. Ja, er funktioniert nicht. Tschüss. Hat sich hier irgendwas verändert an den Zetteln? Wir haben den Eimer. Den wir nicht wackeln können. Ihr habt das auch gehört, oder? Ähm, ähm. Ähm, ähm, ähm. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, was das... Äh, jetzt ist es wieder nicht mehr unendlich deep. Wait a moment. Ihr glaubt nicht, wie dieser Stuhl... Der ist der Wahnsinn. Der fährt sich von alleine nach unten. Das ist traurig. Für so... Für so einen teuren Stuhl. Episch. So sehen wir aus. Kommt hin! Ähm... Ich seh nix, ey. Ja. Deine Wahrnehmung. Ich seh nix, ey. Ich seh nix, ey, dass die turnier imaginerweise Die Gäse. bis zum Schnoschstr ơi. Es wird weird. Also, ich habe, ich habe keinem, was hier gerade los ist, aber okay, ich ändere mich selber. Das ist cool. Das bin ich, also so. Error. Nicht so gut. Ja, aber wir leben noch. Wir sind zwar nur ein Strichenmännchen, aber das ist auch okay. Ah, das lassen wir. Schade. Nein. Sind wir in einem Loop gefangen? Und ihr glaubt es nicht, weil der Stuhl ist schon wieder gesunken. Um mindestens 30 Zentimeter. Ey, das ist so traurig, Mann. Beth? Wir sind bei 30 Minuten. Ich teste jetzt hier keine neuen Features aus. Ich sage jetzt bis zum nächsten Mal. Lasst gerne einen Like da. Und dann schönen Tag noch. Tschüssi. nossos будетды. Untertitelung des ZDF für funk, 2017